Hallo, ich bin Julian Justvann, bin 25 Jahre alt und bin jetzt hier beim SV Darmstadt für das nächste halbe Jahr und ich freue mich drauf. Konti spielt gut und durch Justvann, den Mann mit dem feinen linken Fuß. Ging sehr schnell, muss ich sagen, bin gestern noch angereist, hatte dann heute Morgen Medizincheck. Und jetzt hier die ganze Formale noch gemacht. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Training. Ich lerne die Mitspieler kennen, den Trainer kennen und freue mich drauf. Sehr gut, die Stimmung ist sehr gut. Ich habe jetzt glaube ich dreimal schon hier gespielt. Hitzige Duell in der Vergangenheit und es war immer ordentlich Stimmung, deswegen freue ich mich auch auf die Fans. Mittlerweile würde ich sagen, fühle ich mich auf der rechten Seite wohl. Ob es jetzt auf der Acht ist oder als Wingback, sind so die zwei Positionen, die ich gerne mag. Auf jeden Fall offensiv gerichtet. Also ich bin einer, der gerne Ball hat, der gerne dribbelt, der gerne den letzten Pass spielt. Ich würde sagen, ich komme auch über meine Spielintelligenz und kann da ein Spiel ganz gut lesen und meine Mitspieler auch gut einsetzen. Ja, ich kenne ein paar Spieler, aber mehr oder weniger nur vom Sehen. Also so richtig kenne ich noch keinen, aber ich denke, dass ich alle später besser kennenlernen werde. Ja, ich kann das mal ausgehen. Wie schon gesagt, einfach die Leute hier das Umfeld kennenzulernen und hoffentlich am Wochenende direkt zum Einsatz zu kommen und den Derbysieg zu holen. Auf Wiedersehen.